So ihr Lieben, jetzt zeige ich euch mal wie in Dubai ein Auto getankt wird. Alles über App. Das ist das Tankauto, das ist das zu betankende Auto und das ist der Tankwart. Während hier das Tanken noch vorbereitet wird, schwenke ich mal hier auf die Skyline, die hier pixelhaft zu erkennen ist. Das Niedelgebäude Burj Al Arab, hier das Premium Hotel in Dubai. Wie hier auch ein Stück von der Skyline. Und hier wird ein Auto gleich getankt. Klappe auf. Der Bezahlvorgang ist also erledigt und jetzt wird hier getankt. Online bezahlt und los geht die wilde Fahrt. Ausgabe. Also ist es eine Art der Schmerzen. So, Tankvorgang beendet und die fahrende Tankstelle am Straßenrand macht wieder zu. Wenn man schon viel gesehen hat, also sowas ist mir auch noch nicht untergekommen.